Simone Tomala ist mit ihren dunklen Haaren eine echte Schönheit. Doch auch der Körper der 55-jährigen Schauspielerin kann sich sehen lassen. Nicht oft zeigt sich die Ex-Tatort-Kommissarin jedoch in sexy Looks. Bei ihrer neuesten Aufnahme macht sie aber eine Ausnahme. Im knappen Jumpsuit präsentiert uns Simone ihre tolle Figur. Diese Beine sind der Hammer, schwärmt ein Fan. Ein anderer fügt hinzu, ich sag mal nichts zu diesen Beinen, Neid. Dass man da neidisch wird, können wir nur zu gut verstehen. Erst vor kurzem hat sie ihre Follower mit dieser Aufnahme um den Verstand gebracht. Hier sind es jedoch nicht die Beine, sondern ihre Füße, die viel Lob kassieren. Dass Simone ihre tollen Gene weiter vererbt hat, ist bei ihrer Tochter Sophia deutlich zu sehen. Die Figur und der lästige Kleidungstil erinnern definitiv an Mama Simone. Vielleicht erfreut sie uns in nächster Zeit ja öfter mit solch sexy Schnappschüssen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.